Na Leute, gut in 2014 gestartet? Ja, bei mir lief's auf jeden Fall und deswegen muss ich mir jetzt gleich zu Anfang ein bisschen erholen, zu Anfang des Jahres, denn... Ich werde vom 2.1. bis zum 6.1. im Skiurlaub sein, da nicht die Möglichkeit haben, Videos hochzuladen, kein richtiges WLAN und sowas, auch nicht freizuschalten, bla bla bla. Also vom 2. bis zum 6. Januar kommt kein Video. Danach wird's aber hoffentlich wieder einigermaßen regelmäßig weitergehen, da ich den normalen Uploadplan ja durch Weihnachts- und Silvester-Special hier und Feiertage mal da nicht so richtig eingehalten hab, ne? Danach wird's wieder regelmäßig weitergehen, vom 2.1. bis zum 6.1. bin ich nicht da und ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in 2014, genießt die ersten Tage und habt ganz viel Spaß und Glück im neuen Jahr.